Wir finden es im Nachhinein eigentlich das Skill aus 2 DLC. Geil. Ich bin immer noch nicht... Also ich bin... Solitechnisch bin ich durch. Aber... Nein, warte mal. Jetzt bin ich hier? Ich bin doch auch schon. Ja, da sind wir hochge... Hä? Und wie komme ich in diesen Raum da hinten jetzt rein und in diesen einen kleinen Gang? Ich höre gar nichts mehr. Ja, genau. Wenn man von so weit kommt, steigt nämlich die Lava und man ist... Oh Gott! Schnell, schnell, schnell! Oh nein, die Lava steigt. Wie schlimm. Ich bin wackelig. Ich komme hier vorne rein. Was übersehe ich? Ich komme hier echt noch nicht mal mehr raus. Das ist so dumm alles hier. Ich weiß nicht, warum sind die kaputt machbar? Das ergibt halt gar keinen Sinn. Hier durchrollen, ja. Und da habe ich davon. Da habe ich ja noch nicht mal was davon. Weil... Ich kann ja auch nicht sprinten. Die kommen auch wieder, die Teile. Ah ja. Als erstes was, was bringt mir das hier alles? Geil, ich kann die Gegner im Boden kaputt schießen. Der müsste hier sein, ne? Ha! Das ist dumm. Ist das dumm. Äh... Ja, da kommen wir in den Kackraum. Da sind sogar zwei drin, genau. So, und hier ist... Wie komme ich da rein? Da kann ich nicht rein. Okay, sag... Ihr dürft es mir sagen. Wie komme ich da rein? Das gibt es doch nicht. Das ist doch beschiss. Oh, guck. Da ist ein Durchgang. Da kommst du aber nicht hin. Geht nicht. Fick dich doch, Spiel. Was ist denn das? Ach, ich schubst mich wieder runter, ey. Ah, dieses Kuren-Game. Ich hätte eine Theorie. Ich muss mich da reinschießen. Das Kugel. Das geht nicht, weil ich da oben hängen bleibe. Aber in diesem Ding. Das gibt es doch nicht. Das ist doch eine Scheiße. Warum ist es überhaupt aufgestanden? Ich habe es sogar nach unten gedrückt. Dieses Deep Pad ist ja der größte Rotz überhaupt. Guten Abend, werdet Herr Schlotter. Hallo, Miss Randia. Willkommen zu Dave Hass. Das Spiel mit jedem Moment mehr. Die Kugeln pushen dich ja nach oben. Kannst du dich dann von unten nach oben pushen? Ja, ja. Aber nur so weit. Das ist halt... Hier. Mehr geht nicht. Man kann das mit irgendeinem ganz wichtigen Timing machen, aber das musst du ewig üben. Tja, mehr, mehr ist nicht drin. Ah, mit ein bisschen Glück. Wow. Trial and error. Einfach Spammen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Als ob das funktioniert hat. Das ist ja der größte Witz. Was? Da war noch nicht irgendwas mit Skill dabei, ne? Das war einfach nur... A-S... B-Spammen. Nee, A-S... X-Spammen. Entschuldigung. Aber das ist von oben nach unten fallen Da muss ich von Es muss von da oben sein Guck Das ist der Rückweg Ich komm hier nämlich nicht durch Das ist von oben irgendwas Screw attack Das ist das Wo man nur von oben nach unten durchfallen kann Dieser Cobblestone Aber oben bin ich doch auch nicht da reingekommen Wo ich wollte Was gibt's da Also das ist nämlich nicht als Eingang gedacht Deswegen ist es auch so schwer da rein zu kommen Deswegen war das nur Glück Das ist wirklich nur ein Ausgang Das kann ja nicht sein Oh das ist ein Rückweg Für die merkwürdige Position des Lochs erklären Ach Hallo Mein Gott Stell dich doch nicht immer so an Vielleicht der letzte Mensch auf diesem Planeten Da bin ich der letzte Mensch insgesamt So und wo zum Ich hab Ich seh ja wo es bei dem anderen durchgeht Warte mal Warte mal hier Warte mal Ne ich komm hier nicht rein Irgendwie oben Ach verdammte Scheiße Mich doch leck mich doch so sehr So Plump 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 Ja 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 So So hier Da geht's ja runter Das sieht man Aber wie zum Fick Komm ich da rein Das ist ja Irgendwo muss ja ein Eingang sein Ich hab auch schon alles probiert Hier Hier Irgendwo Da Vom Nebensam auch schon gemacht Hier seh ich auch nichts Irgendwo da oben Sind wir da mal Ja okay Ganz wilde Idee Nein Naja okay Hier geht's auch nicht durch Hier Das ist was vielleicht hier So hinten rum Um die Statue Aber auch nicht Ne ne Es ist schon da 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 geht's runter Da ist die Lücke Was soll das Ach ja Hier Einmal durch Plump 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 Gehen wir mal durch Was ich von der anderen Seite haben möchte Wie hab ich denn das geskippt Witzig Wie komm ich in diesen Felsen sein Muss ich mich da reingrabben Boden absuchen Boden absuchen Ja da war das Ding Warte mal Warte mal Ja 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 Hm Kommen da halt nie rein Das ist zwar offen Aber Nein Ach Höller Irgendwärts Blödes Kackspiel Das ist einfach nochmal Einfach try and error Bis ich wieder da oben bin Doch weil es mich verschiebt Warum verschiebt mich das denn Das kann doch nicht Das kann doch nicht Das kann doch nicht Das kann doch nicht Jetzt sind wir zu Weil ich da oben nicht stuck bleiben kann Na ja Und jetzt Bis ich wieder oben bin Nein Okay Das war nichts Gut Die Blöcke daneben sind nicht zum durchgehen Das kann doch nicht sein Irgendwo ein Durchgang der aufgeht Nee Ich warf's nicht Nee Kein Plan Das gibt's doch nicht Man muss doch doch irgendwo durchkommen Warum Warum ist dieses Spiel so beschissen hier gerade Sind die Spikes nicht echt Doch sind sie Irgendwo hier Muss man doch durchgehen Die Spikes waren aber Vielleicht nicht echt Anscheinend Irgendwo da Nein 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 Ich bin das jetzt überall Aus Ist mir so egal Nein 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 Und das ist der Ich bin nicht mitgezählt Aber welchen haben wir angefangen Ich glaube bei dem hier Ne Dann machen wir hier noch Nein Wo ist denn der Raum Ein bisschen nach hinten Nein 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 Ich finde das Ich finde das Jetzt sind wir schon eigentlich zu weit Ja Jetzt werden wir genau drüber Aber es geht ja noch Auf die andere Seite Also muss es ja Irgendwo hier sein Das ist da hinten Aber wie komme ich da rein Ganz kurz dachte ich da wäre Weil hier Da ist nämlich kein Boden mehr Da sieht man es wunderbar Ich verstehe es nicht Warum Das müsste doch irgendwie sichtbar sein Wenn ich bei dir wieder irgendwas machen Komm. Und nur? Nein? Ich versteh das nicht. Bin ich hier in die Höfen? Macht ja keinen Sinn, aber Charge-Beam? Oh Gott, nicht. Nee. Charge-Beam auf die Statue. Guck mal, ich bin so mächtig. Nein. Durch die Statue irgendwie durch. Ich wüsste nicht immer wo, aber es ist schon vorgekommen, dass mir nichts geholfen hat. Charge-Beam die Lösung. Ja. Nee, es ist nix hier. Es muss doch irgendwo gehen. Ich wüsste nur nicht mal, nach was ich hier suchen sollte, selbst wenn ich es googlen würde. Was ist das Problem? Weil, was kann ich eigentlich geben? Norfair. Norfair Upper Right. Das gibt's nicht. Und hier ist halt auch gar nichts, was durchlässig ist. Von daher kann nicht der Raum sein. Aber wie komm ich dann in den Raum da drunter? Muss ja von oben sein. Ich muss ja generell irgendwo da reinkommen. Weil in den Raum hier, in der Mitte, also der unter uns, der kleine Einzelraum, also eins rechts drüber und vier runter, wenn wir erstmal die vier gezählt, ähm, da ist ja ein Item drin. Da ist ja eine Powerbomb drin. Und man kann nur von oben rein. Wir haben den Raum ja schon von der Seite betreten. Okay. Deswegen... I don't know. Alles kaputt machen. Hier. Hier, ihr bohrt euch hier in den Boden. Ist das ein Zeichen? Dass... Hier irgendwas ist. Nein. Hier die zusammen. Türger. Так. Ehh... Die droppen noch nicht mal immer was und dabei warte ich schon bis sie sich splitten. Ach komm. Wie kann man das einfach Bomben? Man kann so viele Bomben verballern. Hallo? What the fuck? Ich kriege da gar nichts. Ist das frech? Hallo? Eine. Muss ich kurz warten nach dem einfrieren. So, der Loop muss erst generiert werden oder was? Oh mein Gott. Sag mal. Was ist denn das? Muss ich weggehen? Schämt ihr euch sonst mit dem Loot? Könnte sein, dass du maxed bist? Nee. Ich muss so 20, 25 von denen haben. Gott, droppen die selten. Was denn das? War das nicht immer ein super Farmsport? Ja, für HP, ne? Und Missiles. Aber nicht für Bomben. Also mindestens bis 20 können wir schon mal sagen. Geht's? Ich mein, 25 war's. Oh mein Gott. Wichtig, Ton. Das ist der Content, für den ihr hier seid. Fliegen mit Helmen. Abschießen. Ich will nie mehr. Wenn ich so spammen, funktioniert das besser? Ja, auch nie, ne? Äh, äh. Das geht schneller. Das sollte schneller respawnen. Na guck mal, 19. Wir haben ja gerade einen Haufen verballert. 21. Das war wirklich 25, siehst du. Äh, warte mal. Das war ganz zwei, ne? Oha. Wichtig geiler Refill. Hm. Ja, ja, trinken ist eine gute Idee. Trinkt mal einen Schluck alle. Und, oh, keine bekommen in der Zeit. Oh, doch eine jetzt. Schön. Ich hab' keine Lust mehr. So. Ich google das jetzt aber, mir langt's. Ich will das jetzt wissen. So. So. Norfer... Upper... Upper... Right... Eine Ahnung. Upper-Right-Path. So. Nein, das ist... Okay. Super Metroid dazuschleifen, sonst ging nur Metroid. Super Metroid. Ich tippen, wer wichtig? Metroid. Alright. Äh... List of Rooms in Super Metroid Norfair. Ja. Ich bin in der Map. Nein, krieg ich nicht. Ich hätt' gerne eine Map. Ja, irgendwelche random Rooms. Das bringt mir... Das wirklich hier ist ja, wo ich... Die Batcave. Oh mein Gott, Bat... Ja, hier. Speedboost Hall. Das ist die. Genau, genau. Äh... The room in Norfair appears in Super Metroid. The longest corridor in Norfair. Blablabla. The room is superheated. Ja, das ist mir doch egal. The ceiling aligned with spikes. And at the end, ja, da waren wir. Three of the pits have... Gerhutas. Ah, die Gegner heißen Gerhutas. Which are released when someone runs over the pit blocks. Yes, I know. At the very end is a door... The speedboosters chamber. Ach, da kann man den Speedbooster herbekommen. Ah, weiß ich gar nicht mehr. The lava in the room begins to rise. I must quickly use a new power upgrade. Ach so. Mhm. In Speedrunning. Ja... Speed... Die Batcave. Blue Door. Ach, von der... Da kommen wir her. Ja gut, aber es wird nichts erwähnt. Warte mal. Es wird noch nicht mal erwähnt, dass da ein Missile-Tank drin ist. So, ja. Speedbooster-Room. Hm. Blue Door. Ja, hm. Gut. Der wird einfach mal ignoriert hier. Die Lizards werden weiter droppen Powerbombs mit hoher Wahrscheinlichkeit, by the way. Ah. Und... Rakoji. Hallo, schönen guten Abend. Ähm. Wenn du dich auskennst. Hilf uns mal. So. Blub, 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 blub. Hier ist ein Durchgang nach unten, den wir aber nicht rein können. Weil, äh, ein Block nach unten und dann ganz nach links ist ein Raum, in dem man nur von oben nach unten fallen kann. Das heißt, man muss von weiter rechts rein. Und den Raum wird man ja wahrscheinlich nur betreten können, wenn man von oben reinkommt. Wie kommt man da rein? Wir suchen hier schon die ganze Zeit. Und nicht mal googlen hat dann was gebracht. Ich glaube, du bist ganz falsch, Dave. Dein Gesicht ist ganz falsch, Blanky. Das will ich nicht hören. Ich bin schon einmal überall abgelaufen. Ich finde den Eingang nicht. Ich bin die komplette rechte Seite abgelaufen. Ich finde hier nichts. Das ist schon wieder alles Betrug in dem Spiel. Na, warte. Ne. Äh, naja. Wie kommen wir da jetzt wieder rein? Jetzt hier einfach runter, ne? Wir waren da schon drin. Wir haben uns da schon hochgebackt, irgendwie. Ey, lass Blacky in Ruhe. Ha, der got protected. Dich beleidigt. Ich bin da Mod bei, Dave. Ich darf den beleidigen. Was ist das? Was? Ich muss halt wieder erstmal warten, bis das funktioniert. Wir werden uns da hochgebackt haben. Ja, wenn du mich als Mod eingestellt hast, Blacky, dann ist das dein Pech, dass ich dich auch auf anderen Seiten, in anderen Kanälen, blöd anmache. Jetzt komm ich gar nicht mehr hoch. Da geht's nicht runter vor Speedbooster. Verdammt. Ich hab's befürchtet. Ja, okay, das stimmt. Das sind die wichtigsten Twitch-Regeln. Ich bin hier marklos. Ah, das ist fast. Ah, ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Gut, wunderbar. Jetzt sind wir ein bisschen miter drin. So. Hier. Jetzt guck ich mich hier nochmal genauer um. Wir können die Statuen ja kaputt machen. Vielleicht soll man die nicht kaputt machen. Wir hüpfen mal nicht drauf. Äh. Genau, hier. Man kommt hier nur durch, wenn man runterfällt. Entsprechend, das ist wahrscheinlich, weil man, äh, weil das nicht der intended way ist, hier reinzukommen, so, äh, als Ausgang gedacht. Und natürlich denke ich mir, ich muss von da oben, da runter. Und ja. Weil von den anderen Räumen habe ich alles, ne, nirgends was gefunden. Nicht dahin kommen. Ich denke, ich möchte diesen Raum finden. Du kommst anders rein. Ja, aber wo? Ich mache jetzt die Statuen kaputt aus Wut. So. Boah. Dann kann es von mir aus auch ein Reserve Tank sein. Ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Da gehe ich heute nicht mehr hin. So. Dann packen wir es jetzt. Ich bin fertig mit Norfair. Und zwar komplett. Da kann man wieder speichern, actually. Werden wir schon neben das, äh, äh, speicher, 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 speicher. Komm schon, du schaffst das. Wollt ihr... Verdammt. Wollt ihr wirklich sehen, wie ich nochmal durch Lower Norfair gehe? Okay. Wenn ihr das wollt. Ich werde wieder anfangen, richtig zu ragen. Und das Spiel und seine Entwickler zu Tode zu beleidigen. Und wir wünschen, dieses Spiel wäre ein Mensch und hätte Krebs. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ähm. Warte mal. Ist hier durch? Ja. Und jetzt? Hier. Ah! So kommt man da durch. Genau. Fusion wird richtig lustig. Fusion war mein allererstes Metroid. Fusion freue ich mich. Da weiß ich noch nicht. Spiel ich es auf dem Game Boy? Also auf richtiger Hardware? Oder auch wieder hier? Über Switch. Da muss ich mal überlegen. Ich glaube da lang, oder? Äh. Bin ich hier richtig? Oh, hi. Nein. Husch. Ich glaube ich bin hier richtig. Ja. Da komme ich wenigstens durch. Ey. Achso. Ach, das kennst du schon. Naja, was heißt Kennen? Ich habe gestern schon mal gesagt. Ich habe gestern schon mal gesagt. Fusion ist für mich, äh, eine Volljährigkeit her. Da habe ich das letzte Mal mit 13, 14, 12, 13 gespielt. Inzwischen bin ich 31. Das heißt, die Zeit, in der ich keinen Fusion gespielt habe, ist selbst schon volljährig geworden. Also dieser Zeitintervall. Ich denke, ich weiß nicht mehr viel. Es fehlt ein HP. Ich möchte ihn nachfüllen. Wie schön hat das? Ich zurück.